Unglaubliche Szenen in Seattle. Ein Mann wirft einen vierjährigen Jungen über eine Eisenbahnbrücke acht Meter tief ins Wasser. Die Mutter steht daneben und jubelt. Augenzeugen filmten die Szene. Die Brücke ist bei Springern beliebt, doch das Verletzungsrisiko hier ist hoch. Andere Schwimmer alarmierten daraufhin die Polizei. Doch Einsicht bei der Mutter? Fehlanzeige. Nun wird geprüft, ob sie angeklagt wird. Gegen ihren Freund wird bereits ermittelt.